Mit ihren knapp zwei Quadratmetern umhüllt uns die Haut und stellt in vielfacher Hinsicht eine beeindruckende Struktur dar. Auch hier, wie wir es schon beim Herzen kennengelernt haben, ist es die Sprache des Alltages, die uns die Stellung dieses Organs vor Augen führt. Sich wohlfühlen in seiner Haut, dünnhäutig sein, ein dickes Fell haben, blass sein vor Schreck oder die eigene Haut retten. Das sind Aussprüche des allgemeinen Sprachgebrauchs, die uns zeigen, wie bedeutsam dieses Organ auch im Bewusstsein der Menschen allgemein ist. Und natürlich hoffe ich heute, dass diese Vorlesung Ihnen unter die Haut geht. So vieles ist diese Haut. Sie ist Grenz und sie ist Schutzschicht. Sie ist aber auch wichtige Trägerin des Selbstempfindens. Mit ihren Rezeptoren erlaubt sie uns, die Welt zu ertasten. Sie dient der Kommunikation und auch Kontaktaufnahme. Und sie ist nicht zuletzt auch ein Ort der Begierde. Der Hautgeschmack zum Beispiel variiert von Mensch zu Mensch, Geschmack und Geruch. Und die je individuelle Duftnote, die an jeder Mensch ausströmt, betört nur, wenn die Person auch genetisch zu einem passt. Sprich, wenn genetisch der Unterschied zwischen den zwei Personen möglichst groß ist. Sie merken schon, wie viel Spannendes hier auf uns heute wartet. Ohne die Haut gäbe es keine Zärtlichkeit und kein körperliches Sicherheitsempfinden zwischen Mutter und Kind. Auch gäbe es keine Sinnlichkeit und keine sexuelle Erregung zwischen Liebenden. Haut hat natürlich auch mit Nacktheit zu tun. Das Nacktsein, das den Schambereich offenbart und die verborgenen Schamgefühle berührt. Haut hat somit auch mit Tabus zu tun, was für die Praxis besonders wichtig ist. Gerade diese Tabus im Kontext der Haut werden von der Medizin in besonderer Weise fokussiert und gewürdigt. Als regelrechtes Biotop beherbergt die Haut viele Bakterien, Viren, Pilze. Diese sollen nämlich verhindern, dass aggressivere Keime dort heimisch werden. Aber auch nette Keime sind keine schöne Vorstellung. Auch, und da werden jetzt einige sicherlich aufhorchen, wissen wir, dass die Haut Makel aufweisen kann. Wie Pickel oder wie Dellen. Ich mag das böse Wort gar nicht aussprechen, aber ich sage es nur ganz leise. Cellulite. Oh, ich hoffe jetzt, dass nicht ein Teil meiner wundervollen, fleißigen Studenten und Studentinnen jetzt dabei ist, wegzusäppern. Ich verspreche, es wird gut und am Ende wird wirklich alles gut. Und ich werde Ihnen zeigen, dass sogar die Cellulite etwas sehr Sinnvolles und Bedeutsames ist. Aber weiter aus der Perspektive der Klinik. Die Haut kann Dinge absondern. Naja, das ist natürlich nicht immer angenehm. Schweiß oder Talg kann anregen, kann auch abstoßend wirken. Und viele Hautkrankheiten zeigen sich in Form von Erscheinungen, die wahrlich wenig ästhetisch daherkommen. Die Kollegen und Kolleginnen aus der Dermatologie sehen das natürlich ganz, ganz anders. Denn Aussehen, Beschaffenheit, Konsistenz und Geruch, einer krankhaften Hautveränderung, wo viele Menschen sagen würden, muss nicht sein, darüber freuen sich Dermatologen. Denn sie arbeiten hier sehr, sehr sinnlich. Denn genau diese Hinweise, wie eben Beschaffenheit, Geruch und Konsistenz helfen, einen Übeltäter dingfest zu machen. So werden auch von den Dermatologen nahezu liebevolle Begriffe verwendet, um Phänomene zu beschreiben. Flecken, Pusteln oder Krusten werden einfach als Blüten der Haut beschrieben. Gefäßgeschwülste werden als Kirschangiome tituliert. Feuermahle kommen als Rotweinflecken daher. Und bräunliche Verfärbungen klingen doch als Kaffee-Oliv-Flecken viel niedlicher, oder? Also man merkt, die Dermatologen haben viel Fantasie und arbeiten tatsächlich sehr, sehr sinnlich orientiert. Wie bei vielen Themen lohnt sich auch hier der Blick in die Historie. Die Haut galt nämlich lange Zeit als leblose Hülle. So interpretierte man alle Hautsymptome als Ausdruck einer Störung anderer Organe oder des Gesamtkörpers selbst. Eine eigene Identität wurde der Haut verwehrt. Sie ahnen vielleicht schon, denn schon in der Antike wurde eine Denkweise gepflegt, nämlich, dass eben die Haut selbst keine eigene Struktur oder Entität besitzt. Demnach alles, was die Haut zum Besten gibt, muss dann woanders herkommen. Und so entstand schon, wie gesagt, in der Antike der Ausspruch, die Haut ist der Spiegel des Organismus oder der Spiegel der Seele, wie wir es auch heute noch oft hören können. Aber das Spannende ist, dieser Ausspruch ist historisch gewachsen, nämlich genau aus dieser Vorstellung, dass die Haut eigentlich nichts eigenes ist. Aber wenn das so wäre, dann würde es ja bedeuten, dass die Haut Krankheiten nur passiv erleidet, also überhaupt keine aktiven Gestaltungsmöglichkeiten besäße. Wir wissen heute natürlich, dass das mitnichten so ist. Und endlich Ende des 18. Jahrhunderts wurde die Haut dann als eigenes Organ entdeckt. Mitte des 19. Jahrhunderts konnte schließlich der österreichische Arzt Ferdinand von Hebra durch die Entdeckung der Krätzmilbe bei Skabies den Nachweis erbringen, dass die eine Hautkrankheit, in dem Fall die Krätze, durch Prozesse in der Haut selbst verursacht werden kann. Und wenn sie dann beseitigt werden, diese Störfeuer oder die Keime, dass dann auch die Symptomatik damit verschwindet. Und so bekam die Haut ein eine eigene Entität, eine eigene, wenn man es möchte, Identität. Und die Dermatologie als eigenständige Disziplin war geboren. Und der besagte Ferdinand von Hebra gilt bis heute als ihr Begründer. Die einfachste und schönste Definition von Wissenschaft fand ich bei Friedrich Nietzsche, der sie als Fähigkeit beschrieb, stetig unter den eigenen Füßen zu graben. Also keine Dogmen. Das Staunen und vor Zweifel werden somit wichtige Triebfedern wissenschaftlichen Hinterfragens. In einer Zeit, in der die Wahrheitsverkünder eine Renaissance erleben und sich die Bereitschaft zur kritischen Selbstreflexion keiner sehr großen Beliebtheit erfreut, erscheinen diese Worte wieder sehr aktuell. Als Wissenschaftler bin ich ganz bei Nietzsche. Meinungsvielfalt ja, aber ohne Gleichsetzung von Meinung und Wissen. Offenheit für Neues ja, ohne der Beliebigkeit anheimzufallen. Empirie und Rationalität ohne die Demut vor der Komplexität des Seins zu verlieren. Und all das getragen von dem vielleicht wichtigsten Grundsatz der Freude an der Erkenntnis. Mit unseren Online-Vorlesungen zu Medizin und Neurowissenschaft möchten wir einen kleinen Beitrag dazu leisten, diese Freude an der Erkenntnis zu mehren.